So Leute, hier ist euer Stryker's Team. Und zwar heute mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute sagen wir ein paar Runden Call of Duty Black Ops 4 Mal. Gleich geht's los mit den Zombies. Oder? Ja, wir spielen jetzt eine Runde Blood of the Dead und ich werde jetzt mal ein bisschen in die Panda einweisen, wie man diese Karte spielt. Ich mache jetzt ein Schild, die wunderbar verfolgt, zum Beispiel abgehen wir und werden dann versuchen, ein bisschen zu überleben. Gut. 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 Pistole-Sense. Jetzt Deutscher, du willst mich sicher nicht weiter foltern. Ich weiß nur zu gut, was vor uns liegt. Genug der Rätsel ist offen. Hab ich dir nicht schon genug gegeben? Meine Klinge, meine Ehre, meine Seele. Gut. Gut. Der Kapitalismus ist kaputt. Sag du es mir. Nur damit ich das richtig verstehe. Richthofen hat den ganzen Plan aus dem Buch kopiert. Das Buch ändert die Meinung und will jetzt... Was? Unser Blut? Natürlich. Wir haben alle den Doktor gehört. Das Schicksal ist nun auch unser Blut. Ich habe Richthofen noch nie so gesehen. Die Gefahr ist real. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Was hast du gesagt? Hab was repariert wieder. Na, die Tür die hier ist, ne? Wenn wir die Tür mal gestaltet haben, nicht anmachen. Erst dann aufmachen, wenn ich das sage. Okay. Ich muss mal kurz gleich gucken, was das ist. Die Geisterflamme. Ich konnte es an seinem Weid auf dem Wasser schalten. Ist das jetzt die Welle 3? Mhm. Deswegen wird hier angezeigt. Hier die 3. Ja. Später ist noch Zeit. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was... Kommst... Kommst du mal kurz... Wir haben grad noch... Ich kann jetzt nicht mehr machen. Grad. Wie? Die Pistole hat keine Money mehr. Und bei mir sind mehr als genug Zombies. Das ist schon mal. Habt ihr mit einer Granatik gekriegt? Gibt's hier irgendwo, wo ich meine Punkte... ...eintausenden kann gegen eine Waffe? Ja, hier. Weil meine ist grad... Ähm... Ich war jetzt... Ich weiß ja noch. Das war jetzt ja noch. Das ist schon... Ich kann alles noch missbrauchen. Fast fast auf, ne? Ich bin schon fast tot heute. Ich kann schon sterben lassen. Pass auf. Pass auf. Du brauchst... Du brauchst keiner mehr zu müssen. Schieß mal nicht. Okay. Du kannst mir eh nur nicht schauen. Die wollen mal von dir. Ja... Ich töte. Und da oben ist ein Wolf. Ja, den fütter ich gerade. Nehmt immer eins von mir und deswegen... ...dass wir uns sofort töten. Also alles anders. Guck. Jetzt kann ich ihn töten. So. Gibt's hier irgendwo noch... ...Munition? Da wo die Waffe gekauft hast, kannst du auch Munition. Ich hab die Tommy rangekommen. Ich hab bisher gut überlebt gerade. Ich hab bisher gut überlebt gerade. Ja, das war erst die fünfte Runde. Also noch nicht sehr... ...sehr großartig ist. Komm jetzt mit. Wenn bei dir. Drück mal L1 und R1 gleich. Wer ist gleich, komm mit. Wer ist gleich. Wer ist gleich. Wer ist gleich mal. Wie viel Lezante ist. Komm jetzt. Mach mal die Spiele bitte auch. Hey. Es ist die Overkill. Du wärst ja deine guten Waffe. So. Jetzt drück mal L1 und R1. So. Und... Halt, warte, halt. Schießt damit, um zu kommen. Schießt. Nimm ihn die Garn. Und jetzt damit stirbst, ne? Das zieht man doch. Komm. Los. Die Sterne mit zu fort. Komm. Schneller. Muss mich viel schneller wachen. Müssen wir mit dem Schiebe durchkommen. Ich kann nicht. Komm. Schnell. Alter Quatsch. Krieger. Erhebe dich. Und vergöße unsere Gästegebühren. Innenhof. Ja. Müssen wir jetzt aufpassen. Das macht sonst Spaß, der Modus. Ja. Da ist er hinter dir. Wieso kann ich zum Wiedermoney leer? Ist schon gut. Schieb. Aufpassen. Ich kann nicht aufpassen. Ich schieb. Ich schwör jetzt nicht. So. Das war das ganz gut. Wieso lebt der noch? Der hält sehr viel aus. Warte mal Koltz. Hab eine neue Waffe. Okay. Ich will mir die Kranath ausprobieren. Ach, die können wir einfach durch, die Gäste klauen, die können wir einfach durch. Die machen keinen Schaden. Alter. Das habe ich aber auch erst als E-Pfile, ich weiß nicht, würde ich sagen. Kriegt man auch was in den Modus? Wie? Oder ist es nur aus Spaß, der Zombie-Modus? Ja, du kannst Levels ausfahren, du kannst es hochspielen, wie meintest du das denn in Obmaß kriegt? Ob man Belohnungen kriegt. Du kannst Visitenkarten ausbekommen, ja. Wie bist du so mit der Assau? Im Keller bist du? Ich gehe gerade in die Docks, um das Schiff zu bauen. Bei mir sind zu viele Zombies gewesen gerade. Ja, ich komme. Wie ist es auch nicht sehr lange Zombies? Nö. Du hast auch vorher noch gar kein Zombies gespielt, ne? Nö, nur das Tutorial. Einmal. Nur einmal. Sonst, ne? Das hast du noch gar nicht gesagt. Ich meine, das hast du gesagt, Bio 3, das kannst du ja nicht sagen. Ähm. Doch, ein paar Mal. Geht hier. Ich wusste, du läst mich nicht, Zero. Beziehung nicht ganz weit unten. Ja. Dann musst du auch mitkommen. Ähm. Ich kaufe hier gerade auch alles auf. Ähm. So. Von hinten kommen noch welche. Leute. Ich brauche gerade Money holen und dann kommen die Zombies wieder. Ah, bei mir ist der Große wieder. Ach der. Ah, der hält so viel aus, äh. So lange noch kein Deck. War mir noch mehr zu geben. Danke. Kommen wir mit. Kommen wir mit. Kommen wir mit. Kommen wir mit. Was ist da für ein Nerfiger Hund? Das ist schön und so. Bei mir wurde angezeigt, das ist Level 5. Grad. Ja. Das ist ja 5. Aufgestiegen. Ist ja mal was wert, oder? Wie bitte? Ist ja was wert heute. Alles nur fürs Magazin führen. Ich komme schon hoch. Meiner rennt ja jetzt grad hoch. Ja. Ja. Ich hoffe was das macht. Ja. Ich hoffe was das macht. Der Hund hat mit mir grad gekusselt. Ja. Ja. Gut. Nächste Runde. Muss aufpassen dass du jetzt nicht stirbst. Bist du oben? Ja. Also muss ich jetzt wieder. Ja. Ich kann von Sporen von Bio 2. Ey, Map ist ja von Bio 2. Nicht alles über einen Teil. Ein großer Teil. Kommen zu dir. Du kannst auch einfach alleine überleben. Wenn du das hinkriegst. Ist das schwerer? Man muss aber später auch. Ja. Wie bist du? Ganz. Mit hier unten. Ja. Bisschen unten ne. Ja. Bisschen. Ja. Schlecht nicht. Ich glaube das sind die Männer da. Keine Ahnung. Ist ja nicht. Man steppt doch so oder so. Haben die gesagt. Im Tutorial. Ja. Ja. Und dann. Gibt es irgendwo eine Heilung oder so? Du heisst es schon selber. Hinter dir, pass auf. Guck mal ein bisschen zu mir. Guck mal zu mir. Guck mal ein bisschen zu mir. Ich bin immer noch. Ich verstehe deinen Hass aufricht offen, Nikolai. Das ist kein Schicksal, Nikolai, das ist kein Schicksal, Nikolai, das ist kein Schicksal. Warum rennt man nicht so schnell hier runter? Du kannst doch einfach sprinten und rutschen. Ich hatte gehofft, du wirst schlau. Von beiden Seiten sind Zombies gekommen. Ja, ich kann gerade nicht mal. Aber ich bin im überlegen, was ich später mit ihm machen soll. Wenn wir später ein paar Runden höher sind, so bei 20 oder so, dann wirst du ja nur sterben. Dann kannst du mir ja nur zugucken, das wäre ja ein bisschen blöd. Ich kann ihn gerade auch nicht. Wie viele Spieler können überhaupt? Vier. Oh, Manuel. Ich bin gerade durch Hilt am Baum. Werft extra noch eine Geisterflamme und trotzdem können die mich schwulen, weil das ein großer war. Sie haben neun Runden überlebt. Oh, ist das schlecht. Was für mich? Ist das schlecht? Können das nem sowjetige oder mehr Spieler mitspielen? Vier. Mehr nicht. Vier. Mehr nicht. Nö. Ich hab aber irgendwie hier ein Sturmgewehr gekriegt. Achso. Ja, da kannst du. Weil du ein bisschen baut euch so gewählst für die Story Mode spielen. Okay, was kannst du dann immer damit, ähm, aufsetzt drauf machen. Kann ich dir ne jetzt beitreten? Ne, du musst kurz mal aus Bio 3, äh, Bio 4. Ich sag's Bio 3 manchmal noch. Bio 4 kurz mal ganz kurz rausgehen und dann wieder rein. Also nicht B beenden, sondern du musst ganz aus dem Hauptmenü raus. Weiß ich, wie man das macht? Ne, ich hab, ich bin jetzt hier im, im Menü oder so, wo man's ausbilden können. Dann noch mal Kreis. Ja. Dann müsst ihr's runterladen stehen. Wir binden uns runterladen sein, aber ich muss das runterladen stehen. Steht auch. Nehmen wir's was Neues dazu oder so. Mal kurz gucken. Ne. Ich hab auch ne lange trotzdem das Spiel. Ne, was? Das Spiel ist noch aktuell. Ja, das ist ganz neu sogar. Na endlich. Kann ich dir das jetzt ne beitreten? Das ist mir beitreten kann. Muss einfach nur, ähm, drei Bilder müssen meine Augen schicken. Muss einfach beitreten können. Ja. 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 Ja, geh mal auf mein Name, und guck mal auf mein Name, und guck mal wo viel wird. Ey, ich bin. bei mir wird angezeigt dass du ein wenig 6 bis dort du hast ein teufelsbild oder so drauf das müssen sie noch machen geht jetzt gleich wieder los mit 100 leuten jetzt nicht mehr aber die ankündigung vom spiel war eigentlich mit 70 oder 60 leuten und dann kamen wir doch noch 100 wo hin ich bin jetzt hier blau du fliegst schon wieder viel zu weit weg ich nur fall damit gerade gibt es hier noch eine waffe irgendwo müssen erstmal überhaupt sachen finden ich weiß gar nicht ob es hier gibt es natürlich aber hier ist ein bisschen munition aber auch keine waffe gibt es hier wirklich hier ist eine panzerung achtung geht nah bei dir hier und bei mir ich habe ihn gerade mit dem genau mit den kugeln geholt hätte ich eine kugel weniger habe ich tot gewesen also hätte ihm schwimmen können am boden aber nicht raus der drop kämpft noch was hast du gesagt der drop kämpft noch ich gucke dir gerade zu ich frage mich ob sein teammate irgendwo ist er ist ja nicht sofort gestorben naja konnte ich glaube da kommt es nicht mehr und wieder eine zone bist du ziemlich gut dran mit der zone ja das haben wir eigentlich bis das nächste mal sehr gut ich will eine andere waffe ich will die nicht ja guck oh kurz maus aktivieren das bin ich schneller Ich hab einfach noch kein Hexer gefunden. Ah nein, das will ich gar nicht. Das aber. Wow. Irgendwas passiert noch bei BO4. Wie meinst du das? Könnte denn noch was dazukommen? Ja, es kommt noch, es kommen noch richtig viele Maps dazu, weil es gibt ja noch immer Battle Pass. Das heißt, da bringen die noch vier Sachen raus. Also ich glaub zwölf, ich kann mal gleich vorlesen. 12 Spielkarten, wenn ich richtig gelesen hab, äh, noch vier Tambi Maps. Also noch gute Sachen. Ah, oh mein Helikopter. Und wie holt man es, den Battle Pass? Wie gehst du auf Staub und kaufst du den? Ist aber teuer, oder? Naja, im Gegensatz zu Fortnite Skins, kaputt. Naja, ähm, ich find den, der, also wenn man wirklich das Spiel, viel spielt, lohnt sich der sonst nicht. Soll ich, bei mir würde sich der lohnen? Bei dir war ich halt nicht. Also, ich spiel eh kein Fortnite, also wirklich gar nicht. Boah, der hat mich fast sogar noch getroffen. Was ist denn der jetzt denn? In seinem Team halt. Da. Boah, der treff ich kaum. Ich mag die Grampotten, ja. Okay, beide gut. Ach, hier mein. Oh, bisschen seltsam. Wo war denn der andere? Oh, hier. Ich bin noch nie mit Helikoptern, muss ich mal machen. Ja, eine Runde Exxon mit dem Helikopter. Ich bin noch nie mit. Ich hab' mal gefliehen. Boah, peilige Mann, ey. Ich bin bis zum 2 GTA. Ah, so geht man hoch. Und so geht man schon runter. Oh my god. Das ist, das ist, das ist neustisch. Aber ich glaube, wenn man abfängt, dann hab ich ein großes Problem. Du kannst ja auch landen, oder? Ich werde nicht mehr abgeschossen, oder so. Das ist ein Flugzeug, aber wo sieht man das denn, wo das landet? Keine Ahnung, wo es landet. Ich hätte aber schon nie so ne Vorstellform hatte. Ist das meintlich fein? Schießt halt nicht auf mich. Ich glaube da wird kriegen sie Schwertchen. Oh mein Gott. Da hat er noch das nächste Trupp geschossen, glaube ich. Bist. Da ist noch ein Krieg, ne? Ja. Gut, dass du Verbände hast. Ja. Der nächste weg. Und den auch. Arschlöcher. Das wird sensiert. Na das wird bei dir im BO4 nun eine gute Karte sein. Wie es aussieht. Naja. Ich bin noch nicht mehr richtig on. Nein. Naja wo ist jetzt meine Waffe? Da ist die. Mein Waffe fehlt mir. Ich hab meine Waffe. Alter. Ich bin noch nicht da. Die sind welche, glaube ich. Hat der die Sniper? Oh, die... Ja, die waren nur die mehr. Hat der da nichts interessantes? Naja, auch nicht. Jetzt müssen wir mal die Barrikade aus. Die kann ich schon mal sagen. Da kann ich auch nochmal den Arsch retten. Ich geh es immer nie. Ah, ich weiß nicht ob ich da reingehen sollte. Weg. Oh, warum ist da kein... Warum sind meine Aufsätze... Oh nein. Da ist kein... Da ist kein... Scheitempfehler drauf. Aber trotzdem ist es egal. Ich seh den da kaum ruhig. Na ne, der ruhig ist das schon nicht. Äh, what? Ich dachte ich bin runtergegangen. Ach man. Na kaum ne Runde geht noch. Ja. Irgendwie ist... Ist die Runde besser... Ist die Runde besser... Bei dir? Ich leid mich drauf. Ich bin irgendwie bei der Abflusskamera. Was dir beim Präsenten... Wie mögen du... Und... Dugdays heißt du überhaupt WhatsApp? Ja, das heißt WhatsApp. WhatsApp? Was? Denn wenn du WhatsApp hast... Könnt man ja schreiben. Ja... Lass das noch später machen. Mich jetzt... Nimmst du noch auf? Ja. So. Ich hab ja noch ne... Sente Zeit ja... Vor ein paar Minuten noch... Insgesamt noch 26 Minuten. Wann es schneit? Weiß ich noch nicht. Muss jetzt gucken. Okay. Sonst kommst du im Gesamtformat vor. Boah. 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 Drogel macht dich auch noch mal. Ich geh glaube ich... Ich geh glaube ich... in Polen. Entweder hierhin oder Newtown-Insel. Nimm mal Newtown. Nimm mal Newtown. Ich hab... Warte... Stimmt, Newtown war doch von B.O. 3, ne? B.O. 1 bis B.O. 3. Und bald B.O. 4. Ich hab ne bekannte Map dort. Wie bitte? Ich... Ich hab überall gewesen. Newtown. Ja. Ich geh hier ganz vorne. Also hier vorne. Nein. Komm ich muss... Ich muss da durch. Also hier hin. Oder? Ja hier vorne bin ich. Ja ich bin schon da. Gut. Weil dann geh ich. Dann komm ich nämlich da noch rein. Weil na... Ja von wegen ist ein bisschen gut. Schau mal. Meistens im Newtown da. Von Pech. Ich bin nämlich zweimal gehandelt. Bis jetzt. Ne... In meinem Haus ist. Gibt's hier überhaupt? Es ist gar nichts. Und dann richtig Pech. Ja dann müssen wir jetzt in Newtown reinrufen. Hier ist ein Auto zum Glück. Warum... Kann das nicht schneller laufen hier meiner? Du musst printen. Weißt du wie das geht oder nicht? Ne na ne ganz. Achso. Wenn du dich ruhig bewegst ne? Ja. Da drauf gedrückt hat. Dann kannst du dich... Ich hab ne Waffe endlich. Wenn du dich ruhig... Ja oder nicht? Und noch ne Waffe... Decken erstmal außen. Mal zurück. Stehen wir vielleicht grün, ob das man fästert. Ich weiß, dass die Folge hier geht, ich hab bis jetzt noch mal eingesehen. Eigentlich möchte ja hier einer gewesen sein. Na, hier sind mehrere. Hast du schon eine Waffe gefunden? Ja, ich hab schon eine Waffe gefunden. Ich noch, ne? Dann kommen wir zu mir. Ich bin gleich bei dir. Ist das der Gegner? Ja. Dann komm. Lagerbericht, Kreiskollaps droht in Sicherheit begeben. Der, vorhin eine, äh, Brennkernat hat sich bis kurz aus dem Umlauf. Ich hab grad vorhin die Brennkernat und meine Fress gesehen geworfen. Das sehe ich denn nicht. Wo ist denn der Gegner? Oh mein, er hat die Shotgun. Okay, einen hab ich. Ich hab nur einen gesehen gehabt. Ja, beide. Boah, was genau? Warte mal kurz. Warte, vielleicht Allzeit? Ich mach Rucksack oder so. Ich kann mal. Gibt's hier mit? Heilung? Nee, hab ich auch nicht. 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 Der Urlaub ist doch noch. Nee, hab ich nicht. Über Waffe. Ja, jetzt hab ich mir früher gesagt, jetzt hier hat jemand, oh, hier ist noch gesagt, ja, aber wenn ich hier eine sehe, dann sag ich Bescheid. Ich hab eine, es war ein bisschen, aber geht ja noch. Hier ist ein Shotgun, hier ist noch ein MG. Ich komme. Da ist MG rechts. Da, hier. Ich bin. Ach, da. Ich bin auch fast im Boot. Ich bin noch nie im Boot gefahren. Noch nie? Nee, noch nie. Ich bin der erste Level. Sechs oder so. Oder sieben. Das ist nicht sehr viel. Kommst du? Ja. Ich versuch grad hier gedrückt zu halten, aber das brennt jetzt ja gar nicht mehr. So ohne weiteres. Kommst du? Es kommt ja schon. Ja, passt. Bisschen mehr zu lange. Ziemlich. So? Wo? Es sitzt ja gar nicht. Guck mal. Wo ist... Sind gelandet. Gelandet. Warum es brenntet denn? Ab und zu springt er gar nicht bei mir. Ja. Ja. Kann ich das finden. Kann ich was anderes finden. Die K.A.N. Erste Helfer. Juhu. Hier ist ein Hucksack. Panzerst du feins? Die ist fast kaputt, deswegen nehme ich die nicht. Ich dachte, hier wie ein Gegner ist auch nur ein Zombie. Was? Ein Zombie bei dir? Ja. Hier gibt es auf manchen Teilen der Map, gibt es Zombies. Mir geht es wieder gut, einigermaßen. Ach, vom HP her, ne? Ah, du ein Zombie kommt? Ja. Deine Haustiere, ne? Ja, schon weg, ich komme mit, ich komme mit, ich komme mit, du bist gerade. Komm mit, ich komme mit, ich komme mit, ich komme mit, ich komme mit, so. Und überfahren, also den Zombie. Warum, jetzt, ab wie das denn hier Zombies? Ja, da bin ich kurz weg. Nur kurz, welche Film man abhängt, was dort nicht lang, ich bin für mich da. Das ist ja 4. Sind ja noch 25. Ja, 25. Ich will meine Sniper haben, aber ich weiß, dass ich meine Sniper bekomme. Ich gucke gerade nach Gegnern mit. Das ist gut. Nein, das habe ich gerade. Oh, da ist ein Helikopter, da bin ich mit, ich komme mit. Das Wasser. Wieso sömt meiner nicht so gut? Da. Wieso kann ich nicht rein? Na, die Runde ist schon mal bei, auch gut. Jetzt müssen wir Just how to go. mir ist ja sieht egal, aber ich werde verfehls machen und sie werden abgeschossen schon wieder ich glaube wir sollten etwas tiefer fliegen, dann ist das auch ich kann nur... ich kann nur jetzt gucken ja, du bist ja auch auf der rechte Seite wo wurde denn jetzt schon abgeschossen ok, wo geht denn die Zone jetzt hin? kurz... die kommt auf die macht so Spass, ich weiß nicht was man machen voll Spass jetzt nehme ich irgendwie ein bisschen an das Chaos sind aber gerade... gute Nacht runter wir werden abgeschossen wieder da war ein Sniper schoss gerade eben und die Sprache jetzt sind wir gekommen oh wir sind perfekt wir sind perfekt in der Zone ich bleib jetzt... ich fiel auf diesen Turm da ist kein Weg mehr da kann ich fliegen noch ein bisschen ich bin draußen 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 die Runde ist bei uns gerade gut noch an sind noch 18 mädchen leben hat eben aber auch nicht schlecht wenn bei deiner wohnung hat wenn part wieder wie kann man der waffe ablegen doch habt abgelegt das sind nur so hat vielleicht aufsetzen oder aufsätze mit visier nein das andere wird bei mir nicht angezeigt die sind gegen das gegner gerade was machst du denn so lange ist ja was mit BIRDS CHIRT Hm. 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 Blackout. Hallo? Ja? Ah. Wohin? Ähm. Anlage. Hedgebrock. Okay. Mal da hin. Von Team Deathmatch habe ich auch noch kein Video gemacht. Ich bin gleich bei dir. Da wo du markiert hattest. Was ist das? Da wo du markiert hattest bin ich gelandet. Einigermaßen. Ja. Da muss ich nicht da genau hin. Du kannst ja in die Häuser hier rein. Erste Hilfe. Hast du eine Waffe? Nö noch nicht. Nur meine Fäuste. Oh das bringt uns nichts. Oh jetzt will meine Schnee Waffe aber auch wieder voll nah dran. Ah da bist du. Einige eine Waffe. Ich gehe in die 3 rein. Okay. Hier liegt ein Speedfire oder wie die auch. Speedfire. Ja. Ist ja deine. Na. Ich bin sowieso eigentlich nicht. Zu gut. Wie meinst du das? Er meinst du in Spiegel bin ich ja allgemein nicht zu gut. Wie meinst du anderen? Das ist nicht schlimm. Ob meinst du gut ist oder etwas schlechter. Fühlt jetzt auch ab und zu mit. Wie bitte? Das muss hauptsächlich Spaß machen. Das Spiel. Ja. Das ist auch das wichtigste. Aber auch eine Panzerung. Okay. Gut. Ich muss ja auch gepanzert werden. Ich muss mir auch mein Traumaket holen. Weil das ist voll wichtig. Und das ist voll gut. Was ist das denn da hier? So. Und auf meine Zone laufen. Guck mal bitte gerade aus, warum ich vorne gehe. Warum vorne gehe ich dann komm, weil ich gerade am meisten bin. Okay. Warum brennt er nicht mehr? Ja. Ja. Ich hab's ja gedrückt, ne? Ist der Kontroller vielleicht kaputt? Nö, der ist noch ganz. Ja. Weil du nicht ganz einfach durchsprintest. Du kannst nämlich viel öfters länger sprinten. Siehst du ja. Egal. Warte. Ich hol dich noch ab. Du musst nur über den Zaun kommen. Weil ich fahre damit gerade mit dem Quad. Bist du dir auch? Langs. Langsam komm ich klar mit dem Sprinten. Hallo Darkcase. Komm rein. Handlas. Wow. Ich muss jetzt schnell auf deinem. Hallo. Ähm. Garzy. Ander, wo ist, Dabdeis? Hallo. Ja, Dabdeis. Wo warst du verlassen? Ihr habt mich gekickt oder so. Ich hab dich gekickt. Ja. Ich weiß nicht. Ich kam wieder und warst mir keine Party drin. Hä? Emelan war raus. Ja, hat er mich gekickt. Da wollte ich beitreten neben mich und dann stand äh... Beitritt wegen äh... Nein, nein. Nein, nein. Beitritt wegen äh... Spieleinstellung des Horses oder irgendwie sowas nach. Da kam nicht. Deswegen erwarte ich mich hundertprozentig gekriegt. Ich wollte hundertprozentig gekriegt. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Ich dachte du hast verlassen. Nein. Zack mal Zombies oder was hast du? Was machst du? Ich spiel grad Blackout. Achso. Das macht voll fun, Digga. Ich versteh nicht, was hier erwähnt. Wenn man das paar Runden später anguckt, dann macht das voll Spaß. Geht. Ja. Ja. Wenn man... Am Anfang... Ne, am Anfang macht es wirklich nicht so viel Spaß. Wenn man verkackt, aber danach macht das Spaß. Mir macht das grad Spaß. Ich hab gesagt... Ich hab bis jetzt auch nicht was ein Kill im Record gemacht. Ja, also guck mal. Ja. Keine Wunder zu kriegen, was was finden. Ja, also. Deswegen kann man nicht sagen, dass ich hinter Scheiß. Ganz einfach. Kampagne, das Fliegen. Schon wieder? Ja, das Fliegen. Natürlich. Wir sind schon wieder. Wir müssen ein paar Gegner damit finden. Und die dann eliminieren. Oh, oh, hoch, 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 hoch. Oh, das war knapp. Ja, Helikopter fliegen macht voll fun, Alter. Natürlich fliegen wir nicht. Fliegst du Helikopter da? Geh Gas? Ja, man kann Helikopter finden. Wenn du gar nichts mitmachen kannst, kannst du mitmachen. Nein, nein, kannst schon. Na, was spielst du dann? Helikopter, wir sagen ja nicht. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Du probierst mich gleich ein bisschen noch aus und nennen. Und dann, was geht das? Na, ich bin eh mitten in der Woche nicht online. Das ist nicht scheißegal. Was? Ich bin mitten in der Woche nicht online. Boah. Warte, ich muss jetzt in der Pakete. Schnell aus. Raus, raus, raus. Raus, Panda. Ja. Ey, Digga. Du bist so ausgestiegen bist, Alter. Du bist schon längst tot, malerweise. Das Sokert gab es nicht, der nächste Pakete gefeuert hat. Hier irgendwo ist ein Gegner. Kannst du noch. Ne, ähm, ach so, warum ich mich auf die Schule konzentrieren muss nicht mehr. Ich habe auch noch Meileid auch noch außerdem. Wo war der? Ja. Ich hab doch. Ich hab mein letztes Jahr. Mein letztes Halbjahr. Mein letztes Halbjahr war... 4-1. Und irgendwas noch. Was? 2-3. Alter, du bist aber siebte Klasse, Alter. Ich bin jetzt zehnte. Lass mich weit bewerben musst du trotzdem, Junge. Mal. Ich weiß. Ja, also. Dann mache ich das Video jetzt mal aus. Ja, Panne, lass mal kurz mal mehr Spiele hinlegen.